So, jetzt machen wir noch ein Video. Da ist ein wenig größeres Grasfeld. Man sieht das. Wenn man da mal einen Rang hinaufguckt, da drüben am Stree, da ist noch ein Fluss dazwischen. Kleine Brücke. Ja, das sind die Kriminellen, die bauen Gras auch. Genau, das sind die subversiven Elemente. Jawohl, das sind sie. Genau. Das ganze den Nobelpreis umgehängt. Ich will nicht reinlaufen, wenn da so ein paar Pflanzen umdreht. Schön pflänzlig. Natürlich, solche blöden Bullen in Deutschland, die würden sie jetzt schon rausreißen, wenn sie sie finden. Aber da ist alles cool. Und das ist jetzt keine Sau. Deswegen ist die deutsche Trochenpolitik doch alles nur eine Lüge. nur weil Merkel, Richter und Staatsanwälte sonst geerbt haben. Arbeitslose Penner. Haben eh noch nie was geschafft. Aber das ist auch nicht so groß, das Feld da. Das sind vielleicht, was weiß ich, eine Million Pflanzen. Bei uns machen so einen fetten Artikel, welche andere Pflanzen. Ist doch erbärmlich. Da hinten das Haus angeschaut. Da hinten die Rang. Oben das Haus. Alles was grün ist. Oben die Rang hinauf. Da oben. Ach, da ist er noch mehr. Hey, was habt ihr da zu suchen? Hat er doch Gras hergebaut. Dann hat er gepflanzen können. Au, eine Männle. Die hat er rausgeliesen. Ja, ist schon ab und zu eine Männle noch dazwischen. Sicherlich. Ah, Pflanzen fetter Dickel in der Zeitung. Was ist denn los, hier Lügenpresse? Ist doch Volksverorschung, was ihr da macht. Ich sehe hier eine Million Pflanzen. Und es steht nicht in der Zeitung. Verfluchten Affen. Ist das überhaupt Gras? Muss man da mal ein wenig neuer hinziehen. Das ist die Sachen, das ist kein Gras. Das ist ja kein bisschen. Nein, nein. Hat mich mal durchgefragt, was die größte Menge war. Was ich bis jetzt jemals in meinem Leben gesehen habe. Dann habe ich zu einer gesagt, das kann ich nicht so. Dann sage ich zu mir, nein, ich schätze mal. Dann sage ich, naja. Eine Million Pflanzen, zwei Millionen, zehn Millionen. Die sagen, das Eck hier, bis zu dem Haus. Das sind ungefähr fünf Tonnen, links vom Fluss. Bis zu dem Haus da drüben, gerade außen über. Das alles sind fünf Tonnen ungefähr. Ich weiß nicht, wie viele Pflanzen das sind. Und da drüben, naja. Da steht noch einmal ein paar Tönchen bis zur Ende. Und das da oben, naja. Das ist nicht so viel. Das sind bloß ein paar Meter. So, da rufen wir jetzt erst mal Pflanzen raus. Zwecks der Trochenbäcke. Na, also. Herr Staatsanwalt, wenn ich da jetzt dann in Deutschland bin, kriege ich dann von Ihnen, weil ich da ja doch, ich habe doch Cannabis vernichtet. Das müssen wir mal machen. Welche nehmen wir denn da? Die Große? Nein. Nehmen wir die da da. Darf ich die rausrupfen? Ja, ja. Hat der Besitzer gesagt, die darf ich rausrupfen. Ja, und jetzt? Na ja. Machen wir sie weg und lassen wir sie liegen. Ja, noch einmal rausrupfen. Ja, jetzt rennen wir, oder? Ja, jetzt können wir die da rausrupfen. Nein, jetzt darf man das einfach nicht kniffen. Anders kann man damit eh nicht machen. Aber es darf ja nicht auffallen, ne, dass man das macht. Mit welchen dürfen wir da nicht so viele rauskommen. Ich hoffe, ich ziehe das nicht. Ja, da ist auch noch einer. Ah, da ist der Ruck. Ja, wohl. So, dann beende ich jetzt einmal das Drama wieder. So, dann beende ich jetzt einmal das Drama wieder. Rauch erst einmal, da hat der Vogel hingeschissen. Unglaublich, ey, so eine Blüten. Eine Frechheit und der Ah, ey. Ach, komm, ey. Und das rauchen dann die Leute. Ist ja eh wurscht. Also dann, ihr Lieben in Deutschland. Viel Spaß zu Hause.